Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von NBA 2K16 und es geht gleich in Game 2 gegen die Cavs. Das erste Spiel, ja, haben wir eigentlich relativ souverän über die Bühne gebracht. Ähm, ja, eigentlich die ganze Zeit geführt. Weil kurzzeitig waren die Cavs drei, zwei Punkte dran. Ähm, dann habe ich meine Auszeit bekommen. Dann waren wir beständig 11 Punkte in Führung. Und haben das halt eigentlich relativ gut verteidigt. Ähm, am Ende ein paar Fehler gemacht, dann sind sie nochmal reingekommen. Aber dann, äh, hat LeBron James einen Dreier verhauen. Wir haben einen Dreier genagelt. Ein paar wichtige Punkte gemacht. Und ja, dann war das Gleichgewicht wieder hergestellt. Und wir haben das erste Spiel zu Hause gewinnen können. Im Gegensatz zur letzten Serie gegen die Sander. Da haben wir das ja leider zweimal nicht geschafft. Wir werden natürlich in Game 2 Vollgas gehen. Es wäre schön, beide Heimspiele zu gewinnen. Denn, äh, ja, dann kann man einfach entspannter nach Tiefland fahren. Als wenn man jetzt hier schon wieder sich ein Spiel zielen lässt. Man kann es natürlich jetzt nicht voraussagen. Aber wir werden alles dafür tun. Performance Double-Double. Über 40 Punkte. Freak on Fire. Und wir pushen unser Team natürlich wieder nach vorne. Starting Five, wie gewohnt. Kyrie, Schampot, James Love, Thompson, Beverly, Sutton, White, Zinovitski, Petrula. Genau die gleiche wie im letzten Match. Und ich hoffe, wir starten direkt rein. Wieder das letzte Mal, ich glaube, im ersten Viertel direkt mal 15, 15 bis 18 Punkte rausgeknallt. Und, ja, Love, macht ihn over the glass. Schöner Wurf. Kyrie ja oft mit dem angetäuschten Wurf und dann noch mit dem unfassbaren Kick-Out-Pass, der einfach so schwer zu verteidigen ist. Das ist der Fall wieder hier heute Abend. Zu Beverly. Nochmal zu Beverly. Zu Pachulia. Ja. Und Jack macht ihn. 2-2. LeBron, ein bisschen enttäuschend fand ich im ersten Match. Zwischenzeitlich waren wir dann auch für J.R. Smith zuständig und nicht mehr für LeBron James. Jetzt momentan ist die Zuweisung klar. Dirk stellt uns den Screen. Und leider, der Pass kommt nicht durch. Jetzt läuft natürlich die ganze Offense auf mich zu, da habe ich keine Chance. Beverly. Wir stellen den Screen. Nochmal den Screen. Ja, jetzt hinterlaufe ich. Dreh LeBron ein. Dirk. Macht ihn. Und was ein Dank. Ja, es ist mäßig. Hab nur was einen. Alles klar, wenn er so viel Punkt ist und so viel Rebound ist. Bam, Mann! LeBron James in your face! Angetäuscht, LeBron. Äh. Sorry, Thompson. Lässt sich da faken, ne? Ohoho. Alter, Jungs. Ja, nice, Mann! Oder eher nice one. Zwei Assists, also schon mal einen mehr als im letzten Spiel. LeBron versucht, sich da freizulaufen. Lauf gegen Pachulia. Thompson. Ja, da muss ich leider... Den habe ich. Da muss ich leider draußen bleiben, weil sonst kommt der Pass zu James und dann kriege ich bloß ein Dreierbrett mit Julia. Dirk macht ihn nicht. Und die Fans gehen ab. Ja, LeBron frei. Aber gehört wieder uns. Und hier ist Beverly. Und eine weit-open-lück für Freak. Von downtown. Stehe ich komplett frei. Stehe ein Stück weit deep. Ja. Nice, Pachulia! Was ein Block gegen Thompson. Beverly. Alter, jetzt Ballmovement vom Allerfeinsten. Bitschulia mit zwei Freiwürfen. Bitschulia, der alte Freiwürfexperte. Na, was ist ein Pass? Geht nicht, Rebounds. Vorzupassens. Williams, open your eyes. Also ich meine, klar, der stand mit dem Rücken zu uns, aber... Ey, Jungs! Mann, Mann, Mann. Unnötig. 8 zu 12. Nochmal zu Williams. Ich stell den... Zu Favors. Parsons, du musst. Fatschulia, Williams! Na. Der Dreier fällt nicht. Okay. Na, war ich ein bisschen zu wild. Ah, kein Kommentar. Kevin Love lässt sich da nicht bieren, macht beide rein. 10 zu 12. Und 10 zu 12. Zu Favors. Oh, stehen wir frei. Jawohl. Rein damit. 10 zu 15. Calderon zu McDermott. Der zu Smith. LeBron. Das erste Screener und bricht dann aber wieder ab. LeBron frei. Macht ihn. War allerdings nur ein Deeper Zweier, kein Dreier. Und... den Dank nehmen wir natürlich genüsslich mit. Und den habe ich. Und jetzt gibt es ein Brett. Zack! Da wollte LeBron James für erst genau einen Block reindrücken. Und da kommt die Defense. So will ich mich sehen und nicht anders. Schönes Ding. Nicht über die Zahlen, aber seine riesige, riesige Liederschaft. Zweites Viertel. 12 zu 19. Zehn Punkte. Zwei Rebounds. Zwei Assists. Dirk macht ihn. Schön. Neun Punkte Führung. Na, schade. Fast das Ziel von Soppen. 14 Sekunden auf der Uhr. Nein! Jetzt kriegt er den halt wirklich noch, oder? Ja, das ist ungefähr... Ja, das ist ungefähr... Jungs... Alter! Was ein Block! Aber perfekt angesetzt! Soppen passen! Soppen passen! Nochmal zu Soppen. Ich hinterlaufe. Ich hinterlaufe. Ah, der war scheiße. Geht's! Ja, doch, der geht's. Oh, Mann! Beverly. Spin-Move. Nochmal zu Beverly. Stand-Screen. Und dann nagelt er ihn. So will ich das sehen, Mann! Da stellt der Maxi die Ziegelwand auf. Turnover. Das läuft alles für uns. Jetzt kommt eine Dreierbombe. Ich spür das. Dann halt eine Zweierbombe. Auch nicht. Dann halt eine Bombe, dass keine Bombe fällt. Ja, egal. Es war auch gerade gar nicht so schlecht, weil ich gerade auch meine Zuordnung verloren habe. Jetzt bin ich mal für Kevin Love zuständig, okay? Ja, ich wollte gerade sagen, ey, alter... Spiel ihn. Screen. Ja, das sind halt... Ah, das sind die Blocks. Da brauchst du nur noch durchlaufen. Zehn Punkte Führung. Und wir dominieren die Cavs. Ich bin ehrlich, ich hätte das eigentlich andersrum erwartet. Und die Cavs komplett mit ihrer Starting Five. McCollum. Out of Bounds. Aber nicht irritieren lassen. Zehn Punkte sind gar nichts. Jawohl! Dirk macht ihn. Aber Kevin Love auch komplett mit einer schlechten Defense. Ja, der steht zu frei. Beverly. Macht nichts. Eingedreht. Und zack! Da kommt der Dunks. Irving. Scheiße, kommen wir nicht mehr ran. Wir sehen es unten. Fünf und sieben. 71 Prozent Wurfquote. Geiler Pass. Geiler Pass. Das ist halt der Vorteil, wenn du halt der Star bist im Team. Ah! Der geht nicht. Ich wollte gerade sagen, der geht nicht. Du kannst dann halt die Pässe anfordern, wenn du sie brauchst. Ey, bitte erzählen wir... Scheiße, hatte ich keine Zeit mehr, um mich hinzustellen. Komm schon, Anderson! Schade. Egal, macht nichts. Zuständig für... Ja, irgendwie wechselt es die ganze Zeit. Für LeBron jetzt. Oh, ich hasse das. Ja. Anderson. Williams. Komm, jetzt stehe ich frei. Nein! Ja, ich bin wirklich ein bisschen abgekühlt. Leider bin ich gerade wirklich ein bisschen abgekühlt. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Jawoll! Nice! Müsste meine Teammates halt mal die Dinger reinmachen. McCallum. Ich glaub's nicht. Alter, vergiss es. Vergiss es! Alter, das ist unfassbar. Was? Ein... Wurf. LeBron's got six points in the quarter. Here's Williams. Dishes at the favor's. Komm, rüber zu Anderson. Zünd! Schade. Egal. Halbzeit. Neun Punkte Führung. Ja. Kevin, I'm here with LeBron, and you obviously have been very productive. How pleased are you with where you're getting the basketball and how you're scoring? Ich bin sehr glücklich mit meinen individuellen Sprechnern, aber ich bin nicht so glücklich mit dem, wie ich unsere Teammitglieder helfe. Ich muss einen besseren Job machen, um unsere Teammitglieder zu bringen, als auch mich selbst in einem guten Grupp. Ich hoffe, ich kann einen besseren Job machen mit dem in der zweiten Halbzeit. LeBron, danke dir. Kevin, er kann es nicht selbst machen. Danke, Doris. Und wir werden nach der Halbzeit wieder zurück, für den Start der zweiten Halbzeit. Also, neun Punkte Führung könnte wesentlich schlechter laufen. Definitiv. Wieder ein paar Kleinigkeiten, genau wie in Game 1. Aber solange die nicht entscheidend dafür sind, dass wir das Spiel irgendwie verkacken. Aber genau wie in Game 1 kriegen wir in der ersten Halbzeit überhaupt keine Pause. Zwei Freiwürfe und LeBron greift sich an den Kopf, kann es nicht fassen. Aber was willst du machen gegen uns, Biest? Beide rein. Ja, schöner Pass. Schön in der Zone bedient. Oh, was ein Pass. Sonnenzucker. Also, von der Dreierlinie geht heute nicht so viel. Alter, was ein Block, Mann! Dieses Mal nimmt Kaiwi nicht den Kick-Out-Pass, sondern kassiert ihn. Alter, das war jetzt, äh... Der Pass war ja voll für den Arsch. Ja, Love komplett frei. Beverly. Haben sie jetzt gedacht, oder? Sonnen, bitte, danke, Dreierbombe! Heute spielt der Max immer komplett anders. 18 Punkte, 3 Rebounds, 4 Assists. Äh... Zwei... Punkte, äh... Toughness. Ja, leider zwei Turnover. Aber könnte schlimmer sein. Ja, danke, Leute. Ich habe eine Chance, zu hören, was Rick Carlisle zu dem Team gesagt hat. Er hat keinen Fehler gemacht, dass der Plan, dass der Plan ihre Offense durch Nowitzki durch Nowitzki durch Nowitzki durch Nowitzki. Der Trainer kenne ihn, um einen großen Rolle in der Offense für den Rest dieses Spiel zu spielen. Aber das wird... Das ist nicht gut, alleine gegen LeBron. Und... Das war jetzt Lack. Das war pures Lack. Was ein Pass und Pachulia macht denn? Also, meine Jungs spielen heute richtig gut. Und LeBron kriegt, glaube ich, schon das Kotzen. Weil ich so an ihm dran klebe. Schöner Wurf von Irving. 34, 44. Ja, ja, 10 Punkte, Führung. Das sind ein paar verkackte Spielzüge. Also immer schön konzentriert bleiben. Jetzt mein Dreier noch anfangen würde zu fallen, dann... ...wärts, glaube ich, komplett aus. Na, den kann ich nicht mehr holen. Herr Kyrie dribbelt ungefähr so hart in mich rein. Defense! Alter, was war das? Der geht nicht. Zeige ich doch Defense von Max. Spin-Move kommt nicht. Und Beverly lässt ihn sich weglatschen. Und der Block kommt, man! Ausradiert! Alter, das Spiel ihn rüber. Jetzt kommt die Dreierbombe. Naja, angetäuscht. Parsons. Jetzt kommt der Spin-Move. Oh. My. Goodness. Also, heute ist der Maxi all around. All around. Double-Up James. Hier ist Love. Und hier ist der Wunsch. Und hier ist der Wunsch. Und hier ist der Wunsch. Geht auf die Linie. Vier Blocks schon. Das wäre beinahe der Fünfte geworden. Haut den Ersten daneben. Wir kriegen eine Auszeit. Oder ne, wir werden rausgeschoben. Alter, wir kriegen heute gar keine Auszeit. Wir spielen heute durch. Der Coach sagt, ne, Freak, Leute, musst du leider sterben. Loll. Roffel. Ja, jetzt kriegen wir die Auszeit. Warum machen wir das klar? Wir kommen rein im Führen, nur noch mit fünf. Mavericks, leading by five. So on the floor for Cleveland. Kylie Irving and J.R. Smith at the guard set. Amon Shepard is out there with LeBron James. Nein. Komm schon zurück. Ja. Und dank meines Turnovers fern wir nur noch mit drei. Alter, Dierks. I love you. Wir fern wieder mit fünf. Alter. Ich bin zwar noch reingejumped, aber der Block, der wäre schon wieder zu hart gewesen. Kommt, jetzt spielen die nochmal. Zu Favors. Und der macht ihn ganz stark. Und der macht ihn ganz stark. Nein. Ja, wir springen alle rein. Alter, fünf Punkte für uns. Das ist schon wieder so fucking eng. Nummer eins fällt. Nummer zwei. Schöner Pass. Und der geht rein. Wieder fünf Punkte. Aber noch sehr, sehr viel Zeit. 4.30 auf der Uhr. Und da kommt die Defense. Nochmal Defense. Jungs, warum kommt der nicht in die Zone mit rein und helft? Das ist schon immer noch ein 2er. Ja. Freak passet Dinovitsky. Freak kippt Dinovitsky. Williams dishes to Pachulia. Down low. macht ihn es. Alter Smith komplett frei. Und er fällt. War aber nur ein Zweier. Nur noch ein Punkt Führung. Rein damit. Auch wenn es nur ein Zweier war. LeBron. Mit einem total wilden Passen, der geht nicht rein. Oh! Jungs, anbieten! Alter, warum bietet sich keiner an? Unnötig wie noch mal was. Ihr könnt nicht einfach auf euren Außenpositionen chillen. Wieder nur noch ein Punkt Führung. Hey, leck mich doch am Arsch, ey. Beverly. Beverly. Dierks. Ja, Mann! Schön, Nowitzki. Alter, warum bin ich hier für zwei Leute zuständig? Was soll die Scheiße? Ja, kann ich nicht mehr blocken. Beverly. Spielt ihn rein. Und keiner kann uns aufweiten. Johnson. LeBron James, Kevin Love. Alle versuchen es. Block. Block. Alter. Drauf, drauf, drauf. Ey, ich glaub's nicht. 64, 64. Was ist das für ein Match? Schöner Pass. Alter, ich mach den daneben. Freak mit dem absolut verrückten Korbleger. Mach den nicht rein. Das glaub ich jetzt nicht. Das wäre jetzt echt zu heftig, wenn wir das jetzt hergeben. Alter. Ja, Dierks. Come on. Ausrasten. Alter, 66, 66. What a game. Was sind das für verrückte Playoffs? Nein! Ja. Kevin Love mit dem Dank. Beverly. Beverly. Dirk. Dirk. Dirk Mann. Kevin Wunderkind. 16.8 von 9. Dirk Gullis ist on fire. Boah, ich... Alter, ich kann nicht mehr, ey. Das ist schon wieder so ein Match, was mich schon wieder komplett tötet. 1.5 noch auf der Uhr. Das hat LeBron für Glück, dass er den da nicht verliert. Ich hab ihn! Beverly mach ihn! Zwei Freiwürfe. Kei wie zieht das Wurf faul. Ey, Beverly, der muss... Die müssen beide rein. Ohne wenn und aber. Klatsch ich LeBron im Ball weg. Ey, Beverly. Ey, deine Freiburg-Schwäche geht mir echt langsam so auf den Geist. Der geht nicht. Zurück zu Beverly. Schieb ihn rein. Bäm! Come on! Alter, Jungs, Schubs bin ich aus dem Weg. Klatsch time, Baby! Und er macht ihn. Ja, fängt an zu faulen. Bitte, ich kann das nicht hören. Lauter! Jetzt hau ich einen daneben. Ey, willst du mich jetzt gerade verarschen? Ey, ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal den Freiwürfe daneben gehauen hab. Kein Dreier. Alter, ich kotze im Strahl. 72, 72. 7,3 Sekunden. Wir haben noch die Chance, das Ding mit dem Buzzerbieter oder whatever. Spiel ihn! Nee. Ah. Alter, warum mach ich den Freiwurf daneben? Ja, zipp auf Gott den Cavs. Oh, Alter. All fueled up and ready to go. Let's reset the lineup. Forest Tower in overtime. So on the floor for Cleveland. J.R. Smith and LeBron at the two and three. Tristan Thompson ist auf. Oh. Alter. Jungs. Das wird das sein. Liga! 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 Komm. Liga! Der Tightly Guarded ist schon untertrieben, ey. Hab ich. Ey, Dreier bin ich heute ja echt kalt wie Scheiße. Jawoll! Das Match ist schon wieder... Nach den Playoffs muss ich in Rente gehen. Ja, der geht. 76, 76. Und Dirk macht ihn! Alter, Dirk trifft heute alles, Mann. Was hat der für den Wurfboot? 90 Prozent, oder was? Jungs. Jungs, es macht mich fertig. Es macht mich einfach fertig. Thompson mit dem Einwurf Gary Der geht nicht block, Mann Und dann pennen wieder alle Boah, ich hatte Angst zu werfen Oh, Block von LeBron Alter, der Block, der ist bitter Ja, James macht ihn Zwei Freiwürfe Die müssen dieses Mal rein Die Halle komplett stellt dieses Mal Ja, Mann 80-80 Das ist Wahnsinn Der Wurf ist Wahnsinn Ja, Mann Diesmal nicht Und durch den Ball Ja, Mann Die Fenster, Maxi Alter, Dirk Dirk, Dirk, warum 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 Der geht nicht Alter, ich kotze im Strahl Alter, jetzt brauchen wir die Dirk, Alter Drei, Alter Ja, wir verlieren's Wir verlieren's Game 2 Geht an die Cavs Scheiße, Mann Was ein Spiel Was ein Spiel 33 Punkte 13 von 22 5 Rebounds 2 Steals 6, das ist 5 Blocks War trotzdem mega geil Scheiße, Mann Egal, das nächste Mal Gleich ins Spiel zurückstehen Däumchen da lassen Wieder reinschauen Bis dann, euer Max Ciao